Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. In diesem Video das Update des 500 Euro Gaming Computers Juli 2014 als Prozessor der Intel Core i5 4460 mit 4x3,2 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 3,4 GHz, 84 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon dabei. Zwar hätte man mit einem i3 eine bessere Grafikkarte nehmen können, allerdings hat man bei diesem i5 ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei dem i3, denn man bekommt im Endeffekt mehr Leistung, als man mehr ausgibt. Natürlich reicht der Prozessor für alle derzeitigen Games aus und sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre dick ausreichen. Als Main wird das ISROC B85M Pro 4 mit dem Intel B85-Chip-Satz, es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3-Rammbänke, Pisa Express 3.0, ein 7.1-Soundchip und am I.O.-Panel 4x USB 2, 1x PS2, VGA, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2x USB 3, eine LAN-Buchse und 5 3,5mm Klinken sowie ein TOS-Link für den Soundchip. Dann als Arbeitsspeicher 8GB Crucial Ballistic Sports, DDR3-1600 und CL19 recht flott, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in dem Dual-Channel-Modus betreiben und 8GB sind derzeit für Gamer mehr als genug. Und als Festplatte die 1TB Zielgeld-Desktop-HDD, es ist eine überschnittlich schnelle Festplatte und 1TB sollen für die meisten unter euch dicker ausreichen. Und als Grafikkarte die 2GB HIS Raiden R7-265, dank dem niedrigen Stromverbrauch sollte sie recht leise sein und mit ihr sollte man alle gängigen Spiele auf mindestens mittleren Einstellungen flüssig spielen können. Außerdem gibt's von AMD noch zwei Spiele gratis dazu. Als Netzteil das 450W Be Quiet System Power 7, es hat 80 plus Silber, was heißt es ist energiesparend und mit 450W hat man noch ordentlich Luft zum Aufrüsten. Und noch als Gehäuse das Aerocool V3X Advance, es ist ein schickes rot leuchtendes Gehäuse zu einem Spitzenpreis und zwei Lüfter schon vorinstalliert, aber natürlich dürft ihr selbst entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.